Hey, wir sind Wait2Fa und unser Album ist heute eingetrudelt. Voll geil! Der Dominik schämt sich gerade voll, kriegt voll die rote Birne, aber ist mir egal. Hier ist unser neues Album. Tada! Es ist weiß, ich weiß. Ha, das hat sich mal gereimt. Scheiße, aber ist egal. Unser Logo muss auch nicht drauf, weil es kostet zu viel Geld. Und da das Album ja scheinbar noch nicht da ist, habe ich mir gedacht, brennen wir die Scheiße einfach schnell und verhökern die einfach so. Sind die Fans auch noch voll stolz drauf, dass wir das Album dann doch haben. Im wunderschönen Design. Hinten, vorne, alles wunderbar. Und ja, das ist unser Album. Wunderschön. Aber ihr könnt noch mal reingucken. Also man zieht da nicht so viel. Also hier ist doch gebrannt. Ganz normal. Und ja, schönes Album. Natürlich nicht! Hier, das ist unser Album. Also es ist wirklich angekommen, ein Glück. Von vorne, von hinten, von oben, von unten, links, rechts, Lila Probe ID. Und da das ja ein schönes Unboxing ist, machen wir auch ein schönes Unboxing. Weil das ist halt gerade so trendy. Schönes Unboxing, Junge. Die Folie ist auch sehr knirschig. Das ist jetzt sehr schön, was ist das? Diese Folie, wie geil! So. Das ist unser Album. My Way. Hat jetzt nur ein bisschen gedauert. Passiert. So halt von vorne. Hab ich ja schon gesagt. So von hinten, ne? Wunderschön. Und wenn man's aufmacht. Wenn man's aufmacht. Wenn man's aufmacht. Wenn man's aufmacht. Ähm, erwartet uns das hier. Schön. Ein Booklet. Hm. Oder soll ich halt später zeigen. Zeig es geht. Ähm. So sieht das Ganze geöffnet aus. Ich glaub man sieht das nicht so ganz aus. Das ist die Innenseite. Ne? Schon gezeigt alles. Überhol mich. Na gut. Das ist die CD. Wunderbar. Gepresst. Die feinen Herren haben gepresste CDs. Nicht gebrannt. Ja. Das ganze Album! Jetzt haben wir nur noch das Booklet über. Ist auch nicht so viel. Vorne Cover. Hinten nochmal so schöne Pflanze. Wunderschön. Weil wir sind naturverbunden. Wir sind voll Öko. Öko Leute. Mit Text. Und Text. Wir ballern euch mit Texten zu. Ja, was kann man noch sagen. Das ganze könnt ihr für 12 Euro. Bei unserem Milchstand. Erwerben. Ja. Das war's. Ja. Das war's. Soapie.